Der Erbe des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harald, hast du das schon gelesen? Harald? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Bleiben Sie ruhig, ich bin Polizist. Ich bin auf Ihrer Seite. Ein Polizist? Was machen Sie hier? Und wo ist Harald? Harald? Da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Sch, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stopp! Sie sind verhaftet! Halt! Halt! sk